Hallo, du bist schon gerade so da? Ich hätte mir niemals gedacht, dass Vorarlbergermeld das Las Vegas von Österreich wird, oder? Nein. Und was haben wir im Osten? Nix, außer Bananen. Aber das täten wir gerne hindern. Und zwar jetzt. Bitte einsteigen. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug noch bludend? Ich muss mal eben dahin, in ne Bar mit Wodka und Gin. Wir müssen was holen, auf unserer Adelberg-Mission. Und da bleiben wir schnur, denn wir brauchen Kultur. All die ganzen Restaurants, die haben dort offen. Alle machen Party und das auch noch bis offen. Und wir sagen, Ländle, wir haben auch eine Bände. Aber wir dürfen nicht spüren, sondern da nur grün. All die ganzen Pilgeris, die dürfen dort singen. Und sogar die Klostertaler, wurscht wie sie klingen. Nur der kleine Roli und der kleine Hannes, die dürfen das nicht und das verstehen sie nicht. Rudi, wir glauben, du bist doch auch ein Batty-Tiger. Weil tief in dir drin, hast du ja auch einmal ein Grüner. Rudi, hey du, jetzt gib uns endlich mal das Jauker. Dann sind wir nebenher hin und holen die Party zurück nach Wien. Hallo Regierung, könnt uns hören. Jetzt kriegt's das endlich gescheit hin. Hallo Kurz oder Stadt Wien. Jetzt gibt's uns endlich das Vaxin. Ist das der Sonderzug nach Blut? Ist das der Sonderzug nach Blut? Ist das der Sonderzug nach Blut? Entschuldigung. Der ÖBB-Zug Europäischer Moped-Führerschein fährt ein.